Hört ihr das? Schritte. Nein, das sind nicht nur Schritte. Das sind Marschgeräusche. Ich glaube, wir bekommen gleich Gesellschaft. Ja, sorry. Welche Deckung? Wir sind hier unten völlig ungeschützt. Ja. Okay. Meister, du hast wieder volle Power, also... Go. Ja, ja. Immer dieselbe Masche. Ja, was? Rennst du auch direkt vor mir rein? Ich meine, wenn es jetzt bloß da... Ich muss mich verarschen. Was soll denn das hier? Oder einfach so? Blake. Ja, natürlich. Blake. Anscheinend... Diesmal ausnahmsweise zum Glück ja. Der ist schön. Wir wechseln aber wieder rüber. In der Hoffnung, dass es dabei bleibt. Hä? Nein? Alter, falsche Taste. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Die ist die Schnitzel, Queen. Klar, so viel war besser wie ich. Sieh an, sieh an. Okay, das läuft. Ich sollte mich nicht so früh freuen. Hä? Ach so. Ich hab bloß da Geräusche gehört. Wo? Wo denn? Wo denn? Ähm. Alter, wo? Wo? Alter, warum brauchst du so viel Schuss? Junge. Ah. Komm ja noch mehr. Ja. 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 Hallo. Ich wollte gerade sagen, ich konnte mich gerade nicht bewegen. Schon wieder, meine ich. Falsche Taste. Toll. Oh. Okay. Ich bin wieder am Ball. Jo. Aber ich hätte gedacht, bei der Magnum fliegen die genauso weg wie bei der Schrot oder stoppen so ein bisschen, weißt du? Okay, was war das? Ich will nicht wie die anderen Jerichos enden, Ross. So weit wird es nicht kommen. Ich mach der Tote an. Äh. Pff. Äh. Ah. Da kommt ja auch mehr. Ja. 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 Okay. Okay. Ich würde sagen, das läuft gerade ein bisschen zu gut. Aber ich will mich jetzt auch nicht beschweren, solange es so läuft, wie es läuft. Ah, shit. Weg mit dem. Beruhigt er sich wieder? Wo kommt denn er jetzt her? Alter, beruhig dich bitte. Komm runter. Lass mich raten. Nee, doch nicht. Äh. Schön, dass du auch mal gewarnt hast. Ich dachte, wir müssen jetzt da mit ihr speziell durchs Tunnel. Ich überprüfe diesen Tunnel. Wartet nicht auf mich. Wie? Du überprüfst den Tunnel, wartet nicht auf mich. Dürfen wir jetzt hier rein? Ähm. Weil sonst steht immer telekinetische, blau oder Unterstützung von. Warte mal, ich nehme mal Blick. Das ist gerade ein bisschen komisch. Ross. Nee. Hä? Ich meine, da oben komme ich ja nicht hin. Springen darf ich ja nicht. Da schmeckt der nicht gerade? Nee. Ich dachte, hier steht gerade was. Ja gut, jetzt aber... Hä? Hä? Beweg deinen Hinterchurch! Findest du das nicht ein kleines bisschen aufdringlich? Hä? Ich bin doch hier, Mann. Was war... Hä? Och, Spiel, Alter. Was willst denn du von mir? Habe ich unten noch irgend übersehen? Äh. Okay. Wir gehen nochmal hoch. Vielleicht sagt ja jemand doch... Beweg deinen Hinterchurch! Ich bin hier, Mann! Ich bin doch hier! Ja! Weißt du, die sagt nicht, ich überprüfe den Tunnel. Sag danach, hier ist löscht. Und ich wundere mich schon, was ist denn ein scheiß Tunnel? Deshalb kann ich mit dir nicht so gut. Okay, wo... Uah! Super. Lade mal nach. Ah, perfekt. Jetzt muss ich mich die Allee durchsetzen, um denen das Torf zu machen, oder wat? Oh Gott. Oh Gott. Es ist echt... Oh Gott. Whoa. Huh. Ja. Das war's für heute. Ah, toll. Was? Ein Feuerband auszuführen? Was, was, was? Der Blutbein verwendet Church auch... Wie bei Blutbein verwendet Church auch für diese Banne ihr eigenes Blut und verliert er euch Lebenspunkt. Ach so! Okay, also wir gehen erstmal so nochmal... Gut zum Fick. Gut zum Fick. Ja, toll. Weil man dann noch nachladen muss. Und ich dachte, wir krabbeln bloß auf die andere Seite und dann passt das schon. Hä? Kommt der jetzt auf jeden Fall her? Ich bin so am Arsch. Wie sieht's aus, George? Gibt es einen Mechanismus, der die Tür öffnet? Ja, das sieht sehr scheiße aus. Warte. Ist das hier nicht ein Mechanismus? Ah, hier. Habt ihr mich vermisst? Aber... Aber... So, wir machen mal Business as usual weiter. Ja. So. Aber treffen wir jetzt noch mal wieder auf die anderen? Ich würde sagen, wo? Da oben? Ach. Die kommen hier rüber gelatscht. Warte, warte, warte. Wir haben es. Nein. Mein Freund. Okay, das war vielleicht nicht so gut, hier so reinzustürmen. Ja, hab ich gesehen. Außerungsweise mal, da geht's nicht lang. Ja, vorerst. Oh. Ah. Was für den Fick war das denn? Das war, glaube ich, neu. Nein. Ich wollte gerade bei der Dings drauf gehen. Äh. Shit. Komm schon, lad nach. Ah. Willst du mich verarschen? Okay. Du brauchst keine kleine Pause. Ah. Alter. Jungs. Wie kommt denn da noch? Wo kommt denn die alle her? Das ist nicht verarschen. Halt die Fresse. Alter, immer mit seinem großen Maul, ne? Sag mal, ich hab den ja nicht mal getroffen. Musst du hier überhaupt hin? Wollt mal, irgendjemand ist noch. Willi, nein. Hä? Da. Nein. Ja, Mann. Erst mal den da weg. Sonst ist er gleich wieder am Arsch. Ich hab wohl einen Schutzengel. Jo, aber bin ich hier überhaupt richtig? Gott sei Dank. Anscheinend war ich da nicht richtig. Uhu. Ja, super. Ich würde sagen, ich hätte nicht warten sollen, ne? Ja, natürlich kommen wir wieder. Oh, mein Gott, Frank! Super. Mach es, Heidi, doch mal, Mensch! Danke, Bruder. Ist das nicht ihre Schwester? Okay. Komm her, du Drecksack! Boah, Junge! Ach, komm, Alter! Ich hab den ja gerade kalt gemacht, oder nicht? Ihm geht's wieder gut. Okay, mit dem Danke, Meister, geh ich noch mit. Ähm, ähm, ähm. Problem ist, ich sehe nicht, hat der... Ist der tot? Ja. Äh. Ob der wieder seine Scheiß-Gitter wieder davor hat, oder nicht? Ach, komm. Okay, er ist aber tot. Problem ist, bloß nicht, wo... Warte. Äh, warte. Äh, warte. Äh, warte. Äh, warte. Äh, warte. Äh, warte. Gut, das hat funktioniert, aber... Kann ich dir irgendwie helfen? Nein. Warte. Gott, ich hasse es, wenn du das tust. Ich verstehe... Nein. Toll. Ich verstehe halt nicht. Warum er das nicht kann, Alter. Der müsste doch da einfach einmal durchladen, und gut ist. Hä? Ach so. Tatsächlich sind mir auch am liebsten. Die machen nicht viel. Okay. Okay. Oh, Entschuldigung. Ah, lalala. Ich wollte gerade sagen, du kannst ruhig mal springen. Oh. Entschuldigung, ich habe sie ja gar nicht gesehen. Pfeile sind zwar cool, aber dauert manchmal ein bisschen lange, ne? Das ist, glaube ich, hier nicht richtig, oder? Ah. Ich verstehe auch nicht, warum er ständig das Licht ausmacht. Wo denn? Äh, ja, ist mal klar. Alter, das kannst du mir mal nicht erzählen. Warte mal, ich heile den mal voll, ich selber. Äh, schon wieder? Ja, er ist jetzt aber auch erwischt. Was macht das? Toll. Toll. So, die haben wir. Oh, Junge. Warte, 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 warte. Nur heil. Mann, jetzt heil die doch, Junge. Du musst die Dekäste da umdrehen. Komm schon. Ich brauche, ich brauche, ich brauche, warte mal, ich brauche Biddy, ne? Alle auf einem... Ne, doch nicht. Wo ist Biddy? Wo ist Biddy? Mann, Alter, jetzt heile. Oh, ja, geil. Renn doch nicht weg, Mann, Alter. Ja, von wegen, helfe ich. Du bist demjenige, der hier helfen muss. Oh, f*** dich. So, jetzt mach doch mal hier. Ey, ich kann einen heilen, damit ich wieder weg... Oh, mein Gott, Frank! Das hat ihn erwischt. So, jetzt mach hier bitte deinen Blutdings, damit wir mal ein bisschen vorankommen. Nein, Alter, jetzt hat's gerade funktioniert. Willst du mich verarschen? Da unten war aber, glaube ich, noch einer, der die ganze Zeit... Pfff, keine Ahnung. Es wird wirklich... Es wird wirklich Zeit für Aufnahmepause. Das ist... Warte, ich werde mal gleich Church nehmen. Damit wir uns... Ah, nee, warte mal. Das kam erst ein bisschen später, ne? Das kam erst, wo wir, glaube ich, raus sind. Hier oben war einer, sie noch, genau. Sagen, hier auf der Brücke war einer, da noch welche. Kam die Scheiße jetzt hier drauf? Nee, warte mal, hier ging es ja gar nicht lang. Die Scheiße kam jetzt, glaube ich, ne? Also, ich hoffe, dass es funktioniert. War das jetzt der richtige Ausgang? Okay. Da ist einer! Er kann's erwischen! Was? Ist der jetzt schon tot? Sind die beide jetzt schon tot? Oh, Junge, Alter, Mann! Oh, jetzt fängt das noch mal zu ruckeln wie solche. Und warum schießt du nicht, Mann? Du hast halt kein Bewegungsfreiräum durch diese Scheiße da. Alter! Ihr geht mir so auf den Sack da unten. Ja, nur... Sind sie jetzt weg? So, wo sind sie jetzt hier? Scheiße! Alter, von... Wo kommt denn das? Sind die schon wieder da unten, oder wat? Alter! Haben wir es jetzt endlich mal! Oh, Junge! Wo denn? Mann, wenn ich die mal sehen würde! Oh, da hinten! Oh, Alter! Der Part jetzt hier nochmal am Schluss ist nicht zum Kotzen. Nein! Ja! Nee! Sind die jetzt weg? Nee, ne? Wah! Da braucht man die Gardo für. Hör auf mit den Sprüchen, ey! Ganz ehrlich! Nein! Kann das nicht zwischendurch mal speichern? Wenn wir jetzt diese Ene-Scheiße schon weg haben. Vielleicht bin ich im Spiel doch ein bisschen zu schnell vorangekommen. Mann! Was willst du hier weg? Hau ab! Hau ab, Mann! Bist du tot? Ja. Oh! Alter, wo ist das hier so wackeln? Achso, das ist bloß eine Leiche. Hallo, kann ich mal hier hoch? Natürlich kann ich nicht hier hoch. Oh, nein! Und gut, ungut, ungut, ungut. Warte, 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 warte. Mache. Und dann. Komm, bitte. Oh, sag mir jetzt bitte, dass es das war. Warum sind da immer noch mehr? Ja. Warte, 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 warte. Dass die ihre guten Klarer nicht nutzen, Mann. Ey, das kann doch nicht sein. Ja, aber die kommen ja ständig nach, Alter, gefühlt. Wahrscheinlich ist es auch... Leck mich. Haben wir es hier? Alter! Bitte sag mir, dass es jetzt endlich war. Oh, Junge. Oh, Junge, Alter. Schwitzige Hände. Muss ich hier rein?